Willkommen im International House der TU Braunschweig. Ich bin Yannick und meine Kolleginnen und Kollegen sind eure Ansprechpersonen rund um alle internationalen Themen. Mit welchen Anliegen ihr zu ihnen kommen könnt, das erzählen sie euch jetzt. Hallo, ich bin Andreas Hettiger und leiter das Sprachenzentrum im International House. Sie haben während ihres Studiums die Chance, fremdsprachliche und interkulturelle Kompetenzen zu erwerben. Momentan unterrichten wir neben Deutsch als Fremdsprache zehn weitere Sprachen, unter anderem Französisch, Italienisch, Englisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch. Ob Anfängerinnen oder Fortgeschrittene, für fast alle Sprachniveaus ist etwas dabei. Wir freuen uns auf sie. Hallo, mein Name ist Maria Neumann. Ich arbeite für das SOS-Programm. Wir organisieren Lerngruppen zwischen deutschen und internationalen Studierenden, damit sich beide Gruppen besser kennenlernen. Diese Lerngruppen finden im Rahmen von Lehrveranstaltungen, also Vorlesungen und Seminaren statt. Sie können sich bei uns als Sprachcoach engagieren und dafür Credits bekommen. Internationale Studierende können sich bei uns auch melden und wir finden eine passende Lerngruppe für ihre Fächer. Melden Sie sich bei uns an. Wir freuen uns auf sie. Hallo, ich bin Francesco Ducatelli, Leiter des Mobilitätsbüros im International House und Erasmus Hochschulkoordinator. Egal was Sie studieren, Sie können einen Teil Ihres Studiums im Ausland absolvieren. Das geht zum Beispiel mit Erasmus oder mit anderen Austauschprogrammen weltweit. Wenn Sie Interesse an Auslandsoffenheiten haben, kommen Sie einfach auf uns zu. Wir freuen uns auf Sie. Hallo, ich bin Anja Tschirmer. Ich arbeite im Incoming Office der TU Braunschweig. Meine Kolleginnen und ich sind für Sie als internationale Studierende die ersten Ansprechpartnerinnen. Ob es um das Thema Aufenthaltstitel, Studienfinanzierung oder um andere Anliegen geht, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns auf Sie. Wie ihr seht, freuen wir uns schon sehr darauf, euch ab sofort zu unterstützen. Alle Infos findet ihr auf der TU-Webseite im Bereich International und meine Kolleginnen und Kollegen stehen euch natürlich gern zur Verfügung, falls ihr noch Fragen habt. Und jetzt wünschen wir euch noch viel Spaß und einen guten Start ins Studium. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.